Ich habe eine tolle Idee für eine Herausforderung. Was? Ich muss 24 Stunden auf dem Dach verbringen. Ab jetzt. Ich weiß, es ist unglaublich. Es ist so heiß. Es sind locker 50 Grad da oben. Aber ich muss es tun, wie ich es meinem Ur-Uropa versprochen habe. Wir haben nur 5 Minuten Zeit, um alles, was ich fürs Dach brauche, zu sammeln. Könnt ihr mir helfen? Ja. Okay, ich starte den Timer für 5 Minuten. Seid ihr bereit? Los geht's! Los, los, los! Wow, fantastisch! Was brauche ich eurer Meinung nach auf dem Dach? Ich brauche das! Für mich? Ihr solltet für mich wählen. Ihr werdet nicht gehen. Das sind Kinderbücher. Okay. Okay. Okay, sieht gut aus. Okay, gut. Was noch? Noch 4 Minuten. Wozu ist das gut? Ich brauche das nicht. Das ist ein Tisch. Wofür? Das Flugzeug ist das wichtigste Ding auf dem Dach. Manja, es sind 50 Grad auf dem Dach. Ich brauche eine Dusche oder Eis oder so. Ja. Das alles nur? Nein. Natürlich. Und das Bild? Ja, sicher. Jetzt gehen wir in den nächsten Raum. Nächster Raum? Gut, Manjas Zimmer. Seht, was ich habe. Virtual Reality? Okay, ich kann das Ding benutzen, um einen Wasserfall zu sehen. Schnell, der Talber läuft doch. Nicht mal mehr 2 Minuten. Was glaubt ihr, brauche ich auf dem heißen, sehr, sehr heißen Dach so sonnig oben? Sicher. Da brauche ich auf jeden Fall keinen Kamin oder Heizung. Ich brauche das nicht. Das ist zu schwer. Das ist zu schwer. Ich brauche diese Dinge am meisten. 20 Sekunden. Du brauchst dieses Puppet. 13 Sekunden. Puppet? Essen. Nimm mir das zu essen mit, okay. Milch. Milch. 5, 4, 3, 2, 1, fertig. Das war's. Du kannst die Zitronen schneiden und mit Milch Limonade machen. Gibt es dort oben eine Toilette? Nein. Ja. Ja? Haben wir. Ich glaube, wenn ich das mit den Zitronen trinke, muss ich auf die Toilette gehen. Okay. Nehmt unsere Sachen und lasst uns aufs Dach gehen. Seid vorsichtig. Achtet, wohin ihr tretet. Oh, das ist so heiß. Fast 50 Grad. Oh, es ist so heiß. Seht ihr das? Das ist mein Platz. Wow. Ich habe einige Dinge vorbereitet. Seht ihr eine kleine Toilette, Grill. Luke, du kannst da unten gehen. Hier ist es so heiß für dich. Es ist so heiß hier. Und das Wichtigste kommt jetzt. Ihr werdet 24 Stunden lang bei mir bleiben. Nein. Das ist die Herausforderung. Ja. Seid ihr bereit? Nein. Ach, ja. Ich weiß, ihr seid nicht bereit. Ihr habt ihr Essen mitgenommen. Was ist mit Luke? Luke, geh runter. Das ist eine Challenge für uns. Nicht für die Tiere. Los, los, los. Ich dachte, ich könnte mich entspannen, aber... Unser Vater hat hier gerade ein Gefängnis gebaut. Also, Leute, zuerst werde ich euch den Preis zeigen. Ich habe eine Klimaanlage, der Preis. Klimaanlage? Wie kannst du... Wie hast du jetzt erkannt? Es ist eine Klimaanlage. Wollt ihr diesen Preis? Nein. Nein. Was anderes? Ich habe etwas für euch. Eis? Es ist eine Gefriertruhe, wisst ihr? Es ist ein Schatz, was ich für euch habe. Eiscreme und Coca-Cola. Und Coca-Cola. Gefällt es euch? Ja. Wollt ihr das gewinnen? Lass uns 24 Stunden hier verbringen. Um diesen... Danach. Wer die Herausforderung gewinnt, bekommt alles. Okay. Okay. Cola, Eis, Schokoladeneis, Vanilleeis... Wasser. Schokoladeneis und Wasser, ja. Müssen wir hier 24 Stunden verbringen? Ja, natürlich. Es ist eine Challenge. Eine 24-Stunden-Challenge. Was ist mit Schule? Was ist mit Freunden? Wir sind YouTuber. Wir können unsere Videos bearbeiten. Ich denke, wir haben noch genug Zeit, zur Schule zu gehen, oder? Was meint ihr? Es ist jetzt morgen, also 24 Stunden... Nächster Morgen. Der nächste Morgen wird der nächste Morgen sein. Aber wo werden wir schlafen? Schlafen? Lasst uns unser Lager vorbereiten. Ich möchte hier schlafen. Wow, großartig. Oh, es ist Zeit für mein Workout. Ich bin ein gesunder Mann. Workout. Fantastisch. Workout. Beeilte euch, Leute. Beeilte euch. Vanja, brauchst du Hilfe? Ich glaube nicht. Ich möchte dieses Lager sehr gemütlich gestalten. Okay? Bücher und Kunst. Eis. Aha. Eis. Ich glaube, ich brauche doch Hilfe. Wow. Ah. Ah. Gut? Oh. Ah. Doch nicht gut. Fantastisch. Super. Ich habe es doch nie gemacht. Ich habe das... ...arscheinlich nur einmal in meinem Leben gemacht. Oh Gott. Leute, ist alles in Ordnung? Ja. Sieh dir meine an. Ich habe das schon einmal gemacht, als ich in einem Camp war. Mir geht es nicht gut. Mir geht es nicht gut. Habt ihr etwas Wasser mitgenommen? Dort. Ah. Dieses Ding ist nicht nutzlos. So. Es ist ein Wasserwächter. Ich will auch Wasser. Es ist meins. Nein. Es ist meins. Nein. Wir haben nur eine Flasche. Ich glaube, wir hatten nur eine Flasche. Ich bin fertig. Ich versuche alles, aber... Sie ist schon fertig. Ein Mädchen gegen zwei Jungs. Große Jungs. Das ist euch dabei. Nein, nein. Das ist mein Ball. Das ist euch dabei. Das ist mein Ball. Wie bitte? Ich habe ihn mitgebracht. Seien Gentleman. Mann, ja. Du hast gewonnen. Papa, ich will diesen Sack. Diesen Sack da. Mann, ja. Was willst du für diesen Sitzsack? Ich möchte... Wähl was aus. Den Preis. Nein. Das ist so viel. Mann, ja. Lass uns gehen. Verstecken wir uns vor der Sonne. Ich komme. Yay. Oh, es ist so heiß hier drinnen. Ich möchte nach draußen gehen. Ich stimme zu. Draußen ist es besser als hier. Mann, ja. Wie fühlst du dich? Abends kommen wir zurück, um hier zu schlafen. Warum ist es hier besser? Ich glaube, weil es windig ist. Ja. Mir ist so heiß. Heiß? Ich habe etwas, das dieses Camp angenehmer, ein bisschen angenehmer macht. Aber ihr müsst mal eine kleine, kleine Herausforderung annehmen. Seid ihr bereit? Ja. Ja, bereit? Ja. Auf geht's. Also Leute, hier ist die Herausforderung für euch. Kommt her. Was ist hier drin? Seht ihr die Ringe? Ja. Im Pool? Wählt einen. Den Donut. Donut. Und was ist mit dir? Ich nehme diesen Himbeer-Donut. Und den mit Palmen für mich. Und hier habe ich Wasserbomben für euch. Jeder kann sich eine Farbe aussuchen. Eine Farbe? Eine Farbe. Rosa. Rosa? Blau. Blau. Nein, nein. Gelb. Gelb. Ich habe 10 gelbe und 10 blaue Wasserbomben. Und für mich, welche sind nochmal für mich? Grün. Grün. Und grüne. Also 10 grüne Wasserbomben. Ihr müsst diese Bälle in den Ring, also Donut werfen. Wer die meisten Treffer macht, gewinnt den Preis. Oh, du hast eine verloren. Du hast eine verloren. Nein, das zählt nicht. Okay, können wir anfangen? Ja, also. Ha, minus eins. Okay, jeder hat 10 Versuche, aber du und ich nicht. Nur 9 Versuche. Nimm einen und wirf. Aber das ist zu weit weg. Versuch es. Ja. Ja. Okay. 4, 5, 6. Oh. Oh. Nein. Nein. Oh, fast, fast getroffen. Ich habe 2. Manja ist die nächste. Du hast 10 Versuche. Mach das nicht zu Hause nach. Manja. Was ist los mit dir? Wow. Du hast getroffen. 10 zu der Versuche. Ja, ich habe schon 2. 2, 3. 3. Wow. 2 Punkte. Wie man ja. 5. 5. 7. Verfehlt. Verfehlt. Du hast nur noch 3 Bälle übrig. Nein. 8. 9. Die letzte. Die letzte. Die letzte. 3 Punkte. Manja. Das ist der Gewinner-Tanz. Jetzt kommen meine Versuche. Wow. Das ist nicht fair. Es hat die Lichter getroffen. Die Lichter. Das ist nicht fair. Los geht's. Du hast schon 2. Der dritte. Okay. 3. Getroffen. 4. Ich denke. Versuche 4. Das ist der 5. Daddy wird gegen mich gewinnen. Ich denke. Weil er größer ist als ich. Willst du den Preis? Ja. Es wird aber meiner sein. Wisst ihr was? Ich glaube, wenn Papa gewinnt, ist das gut. Weil wir sind in einem Zelt. Und dann werde ich also auch gewinnen. Auf geht's, Papa. Fast. Ja, Papa. Stark von mir. Ja. Los geht's. Hier, hier, hier. Du hast noch 3 Versuche. Oh, ich habe verfehlt. Versuche es so. So etwa? Ja. Ja. Ich habe gewonnen. Ich habe gewonnen. Nicht nötig. Nein, du brauchst. Sie hat auch 3. 3, 3? 3, 3. Ich dachte, es ist 4. Nein. Wenn du diese Wasserbombe triffst, dann wirst du gewinnen. Und du wirst auch für mich gewinnen. Denn wir haben ein Zelt für uns beide zusammen. Auf geht's, Dad. Los, 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 los. Oh, ich habe verfehlt. Unentschieden. 3 Punkte für mich und 3 Punkte für Manja. Wir müssen nochmal werfen. Bis jemand trifft. Du bist der Erste sein, Daddy. Okay. Ja. Nein. Nein, ich habe mich getroffen. Nein. Ich versuche es nochmal. Wieder nicht. Weil du triffst, hast du gewonnen. Nein. Dann bist du weit weg. Wieder nicht getroffen. Nein, 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 nein. Jetzt kommt Manja dran. Wow, Manja. Yay. Ich habe es geschafft. Ich habe gewonnen. Leute, was macht ihr da? Papa, komm her. Ach du meine Güte. Ach du meine Güte. Los. Ah, das ist schwer. Seid ihr bereit? Ja. 1, 2, 3. Ja. Es hat so viel Spaß gemacht. Es war echt lustig. Schaut. Oh, jemand will da. Hey. Okay, wollt ihr den Preis sehen? Ja. Los geht's. Das ist... Tada. Eine mobile Klimaanlage. Oh, Manja, du bist so stark. Willst du sie mit uns teilen? Bitte. Okay. Zählen wir. 1, 2, 3. Schalt es aus. Manja, mach es aus. Stellen wir den Modus runter. Das ist viel besser. Ich habe die Toilette. Toilette? Gib mir das Buch. Ich brauche das Buch nicht mehr. Das ist die seltsamste Benutzung der Toilette in meinem Leben. Leute, warum seid ihr so traurig? Ich bin so hungrig. Ich habe etwas für euch. Habt ihr das Zeug in der Ecke gesehen? Wow. Aha. Grillen? Grillen? Ja. Hot Dogs. Wir können Hot Dogs machen. Mit Marshmallows? Nein. Aber zuerst muss ich die Eier für mich machen. Ihr könnt hier die Hot Dogs machen, okay? Okay. Ah, die Eier. Danke. Ich werde die Brünche machen. Ich werde jetzt den Grill anmachen. Aber Papa, wir brauchen Propan. Oh mein Gott. Was sollen wir tun? Halt, halt, halt. Das ist der Nachtisch. Nein. Ich habe eine Idee. Ich habe eine Herausforderung für euch. Wer gewinnt, kann alles bestellen, was er essen möchte. Alles. Okay. Bereit? Welche Challenge? Ich zeige es euch. Gehen wir. Los, los, los. Basketballbälle? Nein, das sind Golfbälle. Wie weißt du das? Ich bin so aufgeregt. Was erwartet ihr zu sehen? Wow. Aber jeder hat nur einen Versuch. Wir werden hungrig sein. Wir werden hungrig sein. Nein, wir haben dort frisches Gemüse. Nein, nein, nein. Ich werde treffen. Ruhe Hot Dogs. Los, Rania, los. Warte. Nein. Ich bin dran. Jetzt bist du dran. Jetzt bin ich dran. Ich habe einmal beim Leben Basketball gespielt. Ah, fast getroffen. Ah, falsch. Aber was ist mit dieser Ball? Wir haben noch einen Versuch für jeden von uns. Was sollen wir tun? Wer gewinnt? Wir. Ja. Stein, Papier, Schere, Schießen. Nein. Schere, Stein, Papier. Schere, Stein, Papier. Ah, fast. Ja. Juhu. Ja. Getroffen? Ja. Ja. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe eine Überraschung für euch. Ja. Wuhu. Ich habe getroffen. Vania, was möchtest du bestellen? Burger. Ich hoffe, es werden kalte Burger mit Eis sein. Nein, nein, nein. Heiß. Das hier? Ja. Und das hier für Papa? Ja. Okay, bereit. Wir warten jetzt ein paar Minuten. Lass es da rüber gehen. Es ist so heiß und ich bin so hungrig. Wie lange braucht noch der Burger? Nur noch ein paar Minuten. Kann ich die Zitrone essen? Bist du wirklich so hungrig? Ja, ich glaube schon. Wow. Fantastisch. Niemals. Oh mein Gott. Ist sie lecker? Oh nein. Oh nein. Oh, hier ist eine Nachricht. Die Lieferung kommt. Aber wie soll jemand hier hochkommen? Wir öffnen einfach die Tür. Wie? Sie ist im Erdgeschoss. Wir haben vergessen, dass wir eine 24 Stunden auf dem Dach Challenge haben. Wir werden keine Burger. Wir werden keine Burger essen. Oh Mann. Hört ihr das? Was ist das? Das ist der Lieferant. Oh, sie ist hier. Die Lieferung. Komm hierher. Leute, was können wir tun? Haben wir ein Seil? Ich habe dort ein Seil gesehen. Ja. Das Seil hat mir den Eimer. Bring das her. Das Seil, das Seil. Oh, das Seil ist hier. Das Seil ist hier. Oh. Wir machen hier gerade eine Challenge für 24 Stunden. Oh mein Gott. Wirklich? Wirklich. Ist das nicht ein Schirm? Nein. Wir können nicht nach unten gehen. Versuch es. Gut. Ja. Ist es stark genug? Los geht's. Okay. Wir können es versuchen. Oh. Die Burger nach rein, bitte. Ja. Ich bin für euch da. Einen Moment, bitte. Ein paar Probleme. Ich kann es kaum erwarten, die Burger zu essen. Ja, perfekt. Das reicht. Reicht das? Also Leute, es gibt Geschenke für euch. Okay. Bereit? Ja. Los geht's. Schnell. Ja, unsere Burger. Unsere Burger. Ah, nun scherz. Ah. Ah. Wuhu. Unsere Burger. Unsere Burger. Schaut. Unsere Burger. Jeder nimmt einen. Der ist für dich. Wanya, der ist für dich. Oh. Drei kleine und ein großer. Der große ist für mich, die kleinen für euch. Okay. Drei kleine für mich. Hm. Lecker. Lecker. Ich schätze, ihr seid auch so hungrig. Wie ich. Geht euch was gut? Kein Hunger mehr? Ich bin jetzt satt. Ich bin fertig. Los, los, los. Los, los, los. Los. Wow. So ein schöner Sonnenuntergang. Ja. Ich glaube, es ist Zeit, schlafen zu gehen. Ja, los geht's. Ab ins Zelt. Okay, gute Nacht. Gute Nacht, Manja. Echt gemütlich. Ich kann nicht schlafen. Leute, Leute. Manja, Manja. Manja, wach auf. Wach auf. Was ist passiert? Was passiert ist? Ich denke, wir brauchen nicht bis morgen früh zu warten. Warum? Ihr habt die Challenge bestanden, denke ich. Ihr habt sie bestanden. Wollt ihr den Preis jetzt haben? Ja. Wow. Wisst ihr noch, was ich habe? Ja, aber wer hat gewonnen? Ich glaube, wir haben alle gewonnen. Ja. Genau. Aber wir haben nur einen Preis. Ich zum Beispiel esse ja keine Süßigkeiten mehr. Also, es ist nur Eis für mich da. Und eine Coca-Cola. Oh, ich weiß. Und das und das. Und Wasser für mich. Wuhu. Fantastisch. Großartig. Abonnenten. Abonniert unseren Kanal. Und schreibt in die Kommentare, wie gefiel euch unsere Challenge. Und like das Video. Nicht das Liken vergessen. Ein so perfektes Wasser. Kaltes Wasser. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.